Ne, das waren zwei Spieler, oder? Das war ein geiles Käffs. Ich würde sagen, das waren zwei Spieler. Die Sonne scheint mir auf dem Penis. Schönes. Oh Gott, da ist einer. Scheiße. Adieu, Lapskarp. Das war schön mit dir. Granate. Seine Hand sieht aus dem Küchensieb. Ich liebe Victory, auch wenn ich hier oft verliere. Oder eigentlich. Immer. Junge, 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 da ballert sich wieder die Seele aus dem Leib, Alter. Ich kann den Hals nicht vollkriegen. So, Gate 3 wieder raus hier aus diesem Drecksloch. Da läuft ja, der Sportfreund. Zeig dich. Und hol dir deinen Headshot ab von mir. Ah, das ist noch ein Käff. Okay. Oh, weggebombt, Alter. Stirn vor. Hopp, 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 hopp. Nee. Nicht schon wieder da drüberspringen, Alter. Bleib ich hängen und diesmal fall ich auf die Fresse und fang mir eine Kugel ein. Nee, das waren zwei Spieler, oder? Das waren geiles Käffs. Ich würde sagen, das waren zwei Spieler. Mal Single Fire reinhauen hier. Zeigt euch. Zeigt euch. Und bitte. Den einen habe ich doch getroffen, oder? Aber er fleuchte noch. So, pass auf. Scheiße. Man kann nicht in Ruhe looten, weil da schon noch Steps irgendwo in der Hütte sind. Ich würde ihm gerne das Fell abziehen. So. Einer ist weg. Zurück, zurück. War das jetzt ein Käff, oder war das ein Spieler? Oder ein Spieler-Skäff? Das sind zwei. Das sind die zwei, die ich vorhin gesehen habe, wahrscheinlich. Der eine ist, glaube ich, erträumt. Da sitzt er doch. War das? Scheiße. Auf der Küste. Ein schöner Ausflug des Wetters. Wunderschön. Die Sonne scheint mir auf dem Penis. Schön ist. Shoreline schon immer eine Reise wert. Besucht Shoreline. Aber geht nicht ins Ressort. Uh. Ich habe eine Laps-Keycard. Ich schleppe jetzt gute 200.000. Mit Glück vielleicht 230.000 Rubel mit mir rum. Und das setzt mich natürlich schon wieder extrem unter Druck hier. Heil rauszukommen. Heil rauskommen, heißt der Plan. Aber der Weg ist weit. Und ich habe so wenig Zeit. Mist. Dann werde ich ja nicht in dieses Drecksloch reinkriechen und irgendwelchen Loot suchen. Sondern Ausgang heißt mein Ziel. Direkt zum Ausgang. Ist das gehört? Da raschelt es doch. Dein Gesicht! Ja, den habe ich dem Arsch aufgerissen. Das ist ein Arsch-Aufreiß-Attack. Der wollte meine Laps-Kart klauen da hoch. Hund. So, komm. Raus aus dem Drecksnest hier. Wie viele Mentionen hat er eigentlich in seiner Knarre? Er ist noch fast voll. Okay. 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 Mann, Junge. Oh Gott. Da ist einer. Scheiße. Er hat mich gesehen. Er hat mich gesehen. Trifft. Er hat mich getroffen. Junge, beruhige dich, Alter. Ist nur ein Spiel. Er gibt Vollgas. Keine gute Idee. Keine gute Idee. Scheiße. Scheiße. Warum bin ich nicht hinter meinem Baum geblieben, Alter? Mist. Da ist er. Alter. Knarreleher. Scheiße. Andere. Komm, wechseln. Was hast du denn davon? Du Pisspot. Mann, was ist denn heute hier für ein Verkehr auf diesen 20 Metern? Scheiße. Das schaffe ich noch niemals heil raus hier. Muss die Blutung stoppen. Oh, nur eine Binde, Alter. Ich bin so gut wie tot, wenn er nichts dabei hat. Wenn er nichts dabei hat. Adieu, Lapskart. Es war schön mit dir. Und es hätte noch schöner werden können mit uns. Komm. Bandage, Alter. Alter, so eine Fellmütze. Ich kann mir ja die Pelzmütze auf die Wunde pressen. So, das Ende ist nah. Das war's. Das ist schade. Ja, komm. Granate. Scheißpistolen-Kids. Oh. Kundschaft kündigt sich an. Na dann. Hereinspaziert. Oh, zwei. Scheiße. Sein Helm sieht aus dem Küchensieb. Scheiße. 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 Scheiße.